Hier kann man schön shoppen gehen, hier habt ihr von Hollister über Boss, 20, 20 musst ihr einfach getan, durch 2 habt ihr für 10 Euro ein Hugo Boss T-Shirt, gibt es hier alles. Hollister von Paul Smith, es ist wie in der Türkei, kann man super schön shoppen gehen. Alles was das Herz von Armani über Roberto Gazzini, Gucci, es gibt wirklich alles hier. Und teilweise Jacken für 20, die sind 10 Euro, kann man gar nicht sagen. Die ganzen Anzüge und hier die ganzen Oberteile, alle 10 sind 5 Euro. Da habt ihr super schön, könnt ihr da shoppen gehen.